Hallo, mein Name ist Philipp Traber. Ich bin sehr stolz darauf, hier einmal sprechen zu dürfen, denn wir kommen seit über 40 Jahren auf diese wundervolle Kirmes. Mein Bruder und meine Wenigkeit sind in zweiter Generation dabei, hier die Soester mit gutem Bier zu bewirten. Und jedes Jahr ist es wieder ein Erlebnis, auch wie man leider heute sieht bei schlechtem Wetter. Macht es Spaß, die Hütte ist noch nicht so voll, wie ich es eigentlich gewohnt bin zu dieser Zeit, aber ich habe gute Hoffnung und habe die feste Überzeugung, dass es auch heute Abend wieder richtig brummt. Warum es bei uns brummt, ist einfach der Grund, wir haben gepflegtes Bier, gute Getränke, qualifiziertes Personal. Hier stimmt einfach alles, das Rahmenprogramm ist einfach hier perfekt. Wir haben heute Abend noch einen DJ hier, schönes Bier getrunken, schön gefeiert, schöne Kirmes mit der ganzen Familie erlebt und darum ist es einfach schön, am Traber zu kommen, stilvoll feiern ist meine Devise und ich heiße alle Soester und natürlich auch die Angereisten sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, die nächsten fünf Tage hier richtig Gas geben zu können. Dankeschön.